Ja, ein herzliches ihr Lieben, grüße euch, servus ihr lieben Leute von heute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gossip 2. Ja, ich muss immer wieder dazu sagen, Gossip 2, Leute. Jo, ich schau dir mal, ja, ich hab Lernpunkte, Leute. Das heißt, ich könnte schauen beim Torben nämlich, ob ich da was lernen kann. Ja, schau dir mal. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Grittas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen, was du wissen willst. Sehr gut. Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Ich habe immer noch einen Haufen Schulden und brauche das Geld. Ja, aber wie viel verlangst du? 200 Goldstücke. Bist du wahnsinnig? Ich hab sie nicht. Vielleicht später. Na, Leute. Deine Nichte hatte 100 Goldstücke bei sich. Was? Diese kleine Schlange? Das war mein Gold? Sie hat es aus meiner Truhe genommen. Das habe ich schon. Gib es mir zurück. Ich muss zuerst Lema bezahlen. Matteo kann sein Geld später bekommen. Hä? Hier hast du dein Gold. Danke. Damit habe ich zumindest schon mal einen Teil von dem, was ich Lema schulde. Nicht zu fassen, dass sie sich an meinem Gold vergriffen hat. Ja, toll. Das habe ich... Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast mir die 100 Goldstücke gebracht. Das war sehr anständig von dir. Ich schäme mich fast dafür, aber ich muss noch mehr von dir verlangen. Ja, ja. Wenn ich Lema nicht bald seine Schulden zurückzahlen kann, schickt er mir seine Schläge auf den Hals. Ja, du bist da froh. Gib mir noch 100 Goldstücke und ich werde dich unterrichten. Ich habe nicht mehr. Gut. Hier sind die 100 Goldstücke. Dann können wir anfangen, sobald du bereit bist. Oh, oh. Hey, cool. Ja. Bring mir bei, wie man Schloss knacken kann. Leute. Sehr gut. Bring mir bei, wie ich ein Schloss knacken kann. Bastard. Du brauchst einen Mann, Dietrich. Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufhebeln. Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die frische Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du wirst, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Ja, danke. Jetzt habe ich aber keine Kohle mehr wegen dir. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? Ja, hoffentlich, du Vogel. Ja, ich habe eh noch 192. Hat der? Wie viele Dietriche hat denn der eigentlich? Gib doch mal her. Okay, passt. Super. Ja, kann ich dir aber dafür was verkaufen auch? Spitzhacke zum Beispiel. Die brauche ich doch nicht. Ich will diese Spitzhacke nicht, Leute. Wolfszahn. Oh, der ist gut. Aldrichs Schwert. Den brauche ich. Sonst, was willst du sonst noch haben? Äh, gar nichts eigentlich. Fälle, jo. So, ihr Lieben. Dann werde ich ganz kurz, ich werde jetzt noch einen kleinen Stadtbesuch machen. Ich habe Schlösserknappen gelernt. Ja, passt. Ich gebe dir das ab, damit ich ein bisschen Geld bekomme. Postbar. Zum Bobo. Da bist du ja wieder. Ja, ich habe Fälle für dich. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Ja, passt. Wolfsfell, das ist gut. Wahnsinn. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Äh. Habe ich sonst nichts mehr? Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Du weißt doch, ich bin nur an Fällen von Wölfen und Schattenläufern und dergleichen interessiert. Okay. Mal fragen. Wie sieht es in der Stadt aus? Ob alles okay ist? Bisher gibt es nichts Neues. Okay. Schau später mal wieder vorbei. So. Gut. Geld bekommen. Jo. Dann geht es weiter. Ja. Weiter auf der Leiter, ihr lieben Leiter von heute. Aber was mache ich jetzt eigentlich? So. Speichern wir mal. Ich habe etwas anderes gehört. So, was muss ich jetzt eigentlich noch machen, Leute? Das ist einmal die Frage. Ich habe... Ich habe... Leute. Ich brauche ja noch einiges an Erfahrungspunkte für Stufe 7, Leute. Aber es macht ja nicht. Schauen wir mal die Questen an. Der Mann mit der Augenklappe. Genau. Der muss sich ja den Ding bringen. Oben auf dem Weidenplateau hin. Und ein paar und auf dritten. Neben dem Eingang. Okay. Nö. Das Teleportersteine. Jetzt haben wir da. Wenn ich lange sagte, dass Orlan in der Nähe seiner Taverne in der Teleportersteine verstärkt hält. Hey, cool. Gehen wir hin. Ja. Gehen wir mal hin dort. Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Servus. Kann ich das schon? Wegen der vermissten Leute. Ja. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts wesentliches. Leute. Ich habe doch eh schon so viel. Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin. Erst mit dir. Du findest Martin. Er muss zum Martin gehen oder was? Waffenhändler. Erzähl mir die Götter. Kannst du mich heilen? Nö. Ende. Ja. Ende gut. Alles gut. Ne? Wo ist denn der Alrik eigentlich hin? Alrik. Hey. Da ist ja der eine drin. Genau. Der kann mir ja was sagen. Der Koragon. Oder? Nö. Zeig mir deine Waffe. Du hast ja nichts für mich. Ich habe auch nichts mehr zu verkaufen. In irgendeiner Taverne soll nämlich einer sein. Der was hat. Jetzt renne ich da wieder herum. Ja. Es ist eine neue Session. Und deshalb weiß ich nicht. Ungefähr. Wo ich jetzt genau stehen geblieben bin. Beziehungsweise was ich jetzt als nächstes machen muss. Ja. Da komme ich auch wieder mal rein. Glaubt es mir. Leute. Ich komme da wieder rein. Ich komme da wieder mal rein. Wer ist denn das da eigentlich? Darun. Oh Gott. Du. Tschüss. Ich will nichts spenden. Ich will nichts spenden. Leute. Baltram. Warum bist du nicht auf deinem Posten? Ich will nichts. Servus. Nein. Nein. Wurscht. Ich schau mal da herum. Was ich da alles machen kann. Und so. Und so. Nächstes Mal muss ich weiter. Was ist das für einer? Bartok. Ah. Leute. Schaut mal. Ich weiß schon wo ich hin muss. Ich weiß schon wo ich hin muss. Leute. Ich kann ihm sein Schwert zurückgeben. Das ist doch der da hinten. Wartet mal kurz. Späuchert. Das ist doch der da hinten. Der mit seinen Turnieren. Nö. Nö. Doch nicht. Ah. Leute. Ist es der Brahim. Oder wer das war. Gewesen. Der Alrik ist doch nicht da. Da hinten. War ich glaube ich gar nicht zu früh. Äh. Zu spät. Was ist das? Bürger. 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 Was ist da? Alrik. Sieh was. Dein Schwert. Ich hab dein Schwert. Ah. Das ist schon viel besser als mit einem alten Ast zu kämpfen. Äh. Jo. Soll ich jetzt schon gegen ihn kämpfen? Oder? Ich probier's einmal. Ich hab aber gegen den doch sicher noch keine Chance Leute. Ich speichere mal Leute ganz kurz und kämpfe mal gegen ihn. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Tschüss. Ja was. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Komm her. Komm her. Dann lass mal sehen, was du kannst. Wir sind die Bewohner von Korinis. Auf Ausdruck die Sicherheitsfragen in Torwachen sind angewiesen. Der hat gesessen. Aua. Warte, ich lade nochmal. Kann ich ihn vielleicht schlagen? Oder nicht? Ich hab eh gespeichert gerade. Ach Leute. Ich probier mal, ob ich gegen den kämpfen kann. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Ja. Hier sind sie. Wir haben. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Komm her. Dann lass mal sehen, was du... Alles. Der hat gesessen. Passt. Leute. Hihihihi. Ah, super. Na bitte. So, steh auf wieder. Alrik, darfst wieder aufstehen. Gewonnen. Ich hab Alrik besiegt. So, und jetzt? Hab ich's geschafft. Oh, mein Schädel. Ja, ja. Ich bin Wahnsinn, oder? Mann, oh Mann. Du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Hier sind deine 100 Goldstücke. Du hast sie dir verdient. Ja, ja. Und eine Sache noch. Niemand redet darüber, was hinterm Lagerhaus passiert. Ja, genau. Sehr gut. Na bitte. So, da. Gut. Boah, das war aber so knapp. Schaut einmal meine Leben an, Leute. Bist du narrisch? Ich hab gewonnen. Aber kein Leben mehr. Tschüss. Ähm. Ich esse einmal einen Apfel. Hier nehmen wir mal ein bisschen Brot. Brot muss auch weg. Blauflieder. Ich hab einiges zum Futtern hier, nämlich. Ich weiß, das ging ja viel schneller mit Heiltränken. Aber ich hab doch sowas. Geschicklichkeitsbonus. Wartet mal kurz. Geschicklichkeit plus eins. Ja. Äh. Gut. Da werden wir Heilpflanzen futtern. Und dann noch da ein bisschen Dunkelpilze. Fertig. Leute. Jawohl. So, jetzt bin ich angefressen. Leute, ich bin angefressen. Ach, du Schande. Ich hab Alrik besiegt. Wenn das nicht mega ist. Ja. Das finde ich cool. Jo. So, ihr Lieben. Aber wo soll ich jetzt hin, Leute? Was soll ich jetzt machen? Alrik habe ich jetzt sein Schwert gegeben. Dann gehe ich einmal zu Martin. Denn, der liebe, gute Martin. Der alte Martin. Der alte Martin. Der. Weil, ich kann nicht jetzt mit den Waffen, äh, zu ihm gehen, weil ich habe ja letztens was erfahren, Leute. Warte, warte mal kurz. Habe ich ja eh vorher gespeichert, oder? Keine Ahnung. Noch mehr Ärger kann ich zu brauchen. Martin. Ja, ja. Ja, ja. Martin. Servus. Äh, wegen des Waffenhändlers. Wie war das nochmal genau? Also, du sollst herausfinden, wer... Aber es müssen... Jo, weiß ich eh. Äh. Leute, wie soll ich das herausfinden? Es hat mir doch schon einer über eine Waffenlieferung was erzählt. Deshalb bin ich ja jetzt nochmal daher gegangen. Oh. Schauen wir mal. Wie geht's jetzt weiter? Genau. Ich werde da runtercharmieren, zum Strand. Denn dort werde ich jetzt nochmal ein bisschen was braten. Die Folge ist dann... Ja, achten wir. Seit neun Minuten, keine Ahnung, eh wieder aus. Werde ich jetzt nochmal ein bisschen Sachen braten. So Flech... Flech? Flechbraten. Währenddessen erzähle ich euch nochmal ein bisschen was. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Jetzt kommt ja meine Urlaubszeit, beziehungsweise jetzt kommt ja die Zeit, wo alle Urlaub haben. So. Ah, nö, nö. Ich will da hin. Hä? Ähm, wie mache ich das jetzt schnell? Warte, schaut einmal. Ich werde einmal ganz kurz einmal schauen, wie viel Fleisch ich... 51 rohes Fleisch habe ich. 51. Ich glaube, da muss ich jedes Mal so, glaube ich. 51 hatte ich. Hilft das? Ja, 49, das hilft, Leute. Wenn ich jetzt so lasse... 49, geht's dann auch weg? Oder... Ich schaue mal ein bisschen, ja. Weil ich weiß nicht, ob ich dann immer wieder weggehen muss, oder ob ich es einfach so lassen kann. Und das auch weggeht, das Fleisch. Schauen wir mal. Nö. Ah, Leute! Genau, da muss ich jedes Mal wieder neu... Ja, so ein bisschen Fleischbar. Ja, weil beim Ofen ist es ja so, dass man da beim Ofen dann ja einfach das so lassen kann und immer wieder drauflegen kann. Aber da muss man natürlich immer weggehen. Das ist blöd. Ja, Urlaubszeit. Es ist ja eigentlich Juli momentan. Aufnahmezeitpunkt sowieso gerade mal. Erst der 9. Juli. Und es kommt... Ich weiß nicht, ob es jetzt schon war. Ich wusste mal 2. Nö, jetzt mittlerweile glaube ich noch gar nicht. Da kommt jetzt die Zeit, wo ich dann eine Woche nicht da bin. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon gewesen ist. Ich glaube noch nicht. Genau. Nö, es kommt jetzt dann die Zeit, wo ich eine Woche nicht da bin. Äh, das heißt, es wird dann eine Woche kein Video online kommen können. Das ist aber jedes Jahr so, Leute. Das ist bei mir wirklich jedes Jahr so, dass es bei mir, äh, ja, eine Woche gibt, wo gar nichts draufkommt. Auch bei meinem Zweitkanal drüben, bei Bulli Gaming. Das ist leider so, weil... Ich meine, ich selber bin nicht in Urlaub. Ich war ja jetzt schon, äh, für ein paar Tage halt in Urlaub. Äh, aber ich bin halt aufpassen auf den Hund und den Katzen meiner Schwester, weil sie halt in Urlaub, äh, auf Ägypten sind. Und, äh, ja. Und da bin ich halt eine Woche nicht da. Und wenn ich jedes Mal, äh, äh, in der Früh hinfahre, mit dem Hund gehe, wieder heimfahre und am Abend wieder hingehe und mit dem Hund hinfahre und mit dem Hund gehe. Und dann wieder heim, das ist jeden Tag, nö, das ist mir zu blöd. Da bleibe ich dann, ja, die Woche dort. Machen wir es dort einmal gemütlich. Ja, und werde dann, ja, mal schauen, dass ich irgendwas mache oder sowas. Aber mir wird es sicher nicht langweilig. Es ist einfach so. Und, ja, es kommen halt dann eine Woche, kommt halt dann nichts rauf. Aber das ist dann wurscht. Ähm, ja. Ist nicht so tragisch, finde ich. Ja, also nebenbei laufen wir auch auf meinem Kanal andere Projekte. Das siehst du ja sowieso, wenn du vorbeischaust. Also die ganzen Diablo-Reihen, wie, äh, also auf meinem Kanal gibt es Diablo 2 Resurrected momentan, das ich gerade, äh, Let's Play. Äh, Diablo 3, nur LPT mit lieben Aresorius. Das ist aber schon fertig, aber da gibt es halt die Folgen da oben. Und mittlerweile auch das LPT Diablo 4 mit Aresorius und Solo ebenfalls Diablo 4. Ja, also es wird euch sicher nicht langweilig bei mir. Also gibt es auch Horizon Zero Dawn läuft mittlerweile wieder. Ähm, ja, New World. Also es ist einfach allerhand vorhanden. Auf meinem Kanal, was ich richtig cool finde. Und jetzt tue ich dann auch ein bisschen Flasch, Flasch, Flaschbrot, nee. Und dann machen wir gleich weiter in der nächsten Folge, die dann im Normalfall übermorgen sein wird. Aber es kann sein, ich weiß nicht, ich zähle es voraus. Es kann sein, dass es dann erst in einer Woche kommt. Weil, ich weiß nicht, ich bin jetzt schon noch gut. Ich muss jetzt nachrechnen. Zwei sind noch oben. Ich weiß nicht genau, Leute. Ich will jetzt nicht nachrechnen. Es ist einfach so heiß gerade. Es hat hier 31 Grad in unserem Zimmer. Es ist so mühsam. Und ja, ich sitze trotzdem vor dem Computer. Ja, Leute. Da seht ihr wie leidenschaftlich ich das Ganze mache. Deshalb gibt es ja auch keine Facecam, weil ich da oben ohne da sitze und den Ventilator auf mich strahlen habe. Tische Strahlen habe. Ja. Und. Ja, das muss ich halt keinen antun. Na, Leute. Na, Peter. Oder was ist? Ich weiß, ich bin sexy. Ja, aber. Nö, na. Nö, kann ich nicht, Leute. Ach Gott. Da ist wieder der Meister der Selbstherablassung. Du weißt, es ist einfach so. Ja. Und dann auch ein bisschen Fleischbraten. Ja, damit ich auch ein bisschen Fleisch essen kann, wenn ich mich heilen muss. Und ja. Was kann ich noch angehen? Ja, ich muss mich auf Steintafelsuche begeben. Also Ornamente suchen, meine ich. Ja. Gut. Wir brauchen noch vier Ornamente. Also fünf im Gesamt hätten wir gebraucht. Also vier Ornamente brauchen wir jetzt noch. Dass wir dann wirklich das mit dem Tor machen können. Da drinnen bei Satoras und da, wo der Satoras ist. Mal schauen, was das Beben verursacht. Ja, gab es ja, ich weiß nicht, in der vorletzten Folge, glaube ich, ein mysteriöses Beben dort. Und als nächstes weiß ich, also jetzt habe ich ja mal Schlösser knacken gelernt. Als nächstes werde ich dann wieder da alles, alles, was auf Stärke geben und Geschicklichkeit. Und damit ich auch ein bisschen bessere Ausrüstung bekommen kann, Leute. Ja, ich weiß, es ist langweilig. Ja, bei mir gibt es gemütliche Folgen ebenfalls. Also bei mir gibt es immer wieder gemütliche Folgen. Das sage ich auch immer wieder zu. Ich will Leute nicht, die wirklich Stress machen. Es gibt da hin und wieder mal Leute, ist aber schon länger nicht mehr, Gott sei Dank, auf meinem Kanal. Die, ja, das ist so langweilig und du brauchst da so lange, keine Ahnung was. Ja, da will ich immer wieder sagen. Also ich sage es immer wieder dazu. Nein, bitte weg von meinem Kanal. Bei mir gibt es spannende Folgen, lustige Folgen, aber auch gemütliche Folgen, wie hier zum Beispiel das Fleischbraten. Ne, ich muss das Fleisch ein bisschen braten. Und das gehört auch dazu, Leute. Ich werde jetzt nicht alles wegbraten, Leute. Das werde ich jetzt nicht machen. Aber die Folge ist jetzt eh vorbei und es ist schon wieder finster und da werde ich halt dann schlafen. In der nächsten Folge dann... Womit denn? Ja, Leute, ich habe... Was? Schon fertig. Ich bin schon fertig mit dem Fleisch. Na toll, Leute. 90 Stück Fleisch habe ich. Gut. Und pünktlich zum Folgenende auch fertig mit dem Fleischbraten. Ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es weiter. Sei wieder dabei. Game over. Bis zum nächsten Mal. Ciao.